Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir einigen Ärger mit diesem gehabt. M104 Festung ist für mich noch unbesiegbar. Na ja. Ich versuche ihn vorbeizuschleichen und ich habe auch beschlossen mal Shook rauszulassen. Damit die auch noch etwas Zuneigung zueinander bekommen. Damit ich auch mehr Verknüpfungen erzeugen kann. Ich bin gespannt wie ich das dann mit den Missionen machen muss. So wie jetzt. Jetzt kommt es weiter. Epic Fail! Ich brauche Schuck! Anders geht's nicht! Dann muss... Melia weg! Wisst ihr was? Ich lade erst den Spielstand. Den ich gespeichert habe vorhin. Ähm, hallo. Dann wieder die Kuppe. Wir sind kurz von dem Level ab. Dann wieder die Kuppe. Einfach weiter auf. Einfach weiter auf. Ja! Schön, wenn der Flutungsschaden und Frostschaden noch hat. Und dann. Ja! Unmehr Verständnis, naja. Oh, hallo! Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Verstanden? Autsch, ouch, ouch! Einfach nur weg! Und dann. Android und Ernte. Ja. Zwei Offensiv-Makers. Einfach nur weg. Und dann. Und dann. Hoffentlich errichtet alle. Jawohl. Jetzt bekommt jeder Schaden. Ja. 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 down amethyst schmuck mal wieder stärk 25 prozent da sind drei blauen items rote grenze feuerpfeffer zito es kamukamu ok da hinten ist ein mini-boss aber der Weg ist hart die 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 Ich weiß nicht, was ich nicht mehr? wiki nicht anliegen Oh kacke. Todes was 4. Okay. Wolfbech da. kann ich es nicht einfach direkt zu ihm ohne dass mich andere dabei stören gutmütiger ein monado wunde geheimgebiet kommen wirken um Shit! Shit! Das ist da, ich schau, wenn man ihn umwirft. Ich brauche mal Heilung. Genau, das Hausbrüche. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ähm, ähm, ähm. Okay, nicht umwerfen. Das ist die Devise. Das heißt, ich darf ihn auf keinen Fall zum Schwanken bringen. Denn sonst wirft Raining um. Supi. Das kann ich jetzt etwas heiter lernen. Ups, falschen Gehalt. Impuls auf Raining. Impuls auf Raining. Ich habe zwei Angriffe, die ich nicht einsetzen darf. Und das macht's nicht gerade leicht. Stärkisch. 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 Wir können definitiv das machen. Wir können das definitiv machen. Wir können das machen. Das ist das. Rhein. 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 Ob ich das jetzt noch schaffe. Rhein! Okay. Okay. Er wäre fast wieder Fell geworden. Feuerkaiser Rüstung. Nice. Ähm, Direktheilung ist eher was für Dammeln, würde ich mal sagen. Was ist eigentlich Direktheilung? Aktiv verständlich in Angriff werden 70 KB geheilt. Naja, das bringt im Prinzip nicht wirklich was. Ich hoffe es sieht... Ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Feuerkaiser Rüstung. Brandschutz. Du hast es nötiger. Ich wollte dir keine Sternschmuck geben. Ich wollte dir keine Sternschmuck geben. Um... Eiskaiser Anzug. Dann nehme ich das für ihn. Klingen Leggings? Ne. Bei Dammeln sieht das scheiße aus. Bei ihm sieht das okay aus. Aber er hat nun mal keine Aura-Heilung. Dammeln hat Aura aber. Und Melia auch. Und Melia auch. Ja. Okay. Jetzt gehen wir den ganzen Blick wieder zurück. Level 50. Level 50. Ha. Ich glaube... Hm. Ich weiß nicht so recht. Naja egal. Da und da. Das sicherste Weg. Citrus Gamu Gamu. Hetherspeicher. Flexibel. We can't lose. Freaking. Not like this. Leave it to right. Endless. Bring it. Take this. What is our last thing? Oh no. Oh no! око What is my last thing? Okay. I feel like this. Now I can't lose. Just defend yourself. Ja. Come. You're with your age. No. How is your life? No. Okay. Here we go. Here. Asla. Ryan. You're up. du machst nein das geht sich sicherlich nicht aus wir können jetzt einen tag noch ohne ihn überleben ist schon etwas blöd noch voll ist und kommt zurück fehler epos kranken wird ihn um ja 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 und weiter ach du heilige da steht wieder ja level 45 und Und down. Vorher bist du down. Das sage ich doch. Also das war gerade... Nice. Agilität. Agilität. Ähm. Okay. Falsche Richtung. Also das war mal eine richtige Verlängerung. Neue Technik für wen? Ich habe gerade neue Technik-Symbol gehört. Ruhige Moax. Er ist hier. Level 50. Wirf ihn um. 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 Aber... was. Okay. So wie erstet man das wenigstens. Okay, also umwerfen geht schon mal gar nicht klar. Ich brauch... Du kommst her. Oder auch nicht. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Mein Schild geht sich gerade und gerade noch aus. Oder auch nicht. Ich brauch Sex. Das soll wahrscheinlich ein römisches Sex sein. Okay. Verstanden. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Nein, das schaffen wir nicht. Das war so klar. Ich muss weg hier. Das war so klar. WTF? Ist da wahrscheinlich jemand durch Blutungsschaden gestorben. Ja, D.U. Spawn random ist klar. Das war so 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 klar. Ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Nein. Ich bin da. teils. Eigentlich. 1300%. Ist voll. Boah. Das war so klar. Das war so klar. Was ist das? Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Irgendwo. Ach nein. Nichts da. Mir fällt es wieder ein. Der Scheiter in der Suche ist hier. Und darin ist noch ein gefährlicher Boss, Miniboss, besser gesagt. So, lass mich durch. Ja, Leute, es ist noch eine Zeit, den Part zu beenden. Hm, tut mir leid, aber es muss leider sein. Naja, ich sage dann mal Tschüss und bin falsch mitgegangen. Autsch, da müsste ich lang. Da gehe ich noch rein. Ich gehe noch bis zum Zielort, sagen wir es so. Das heißt, an denen vorbeischleichen. Nun ja, ich bin ja im Prinzip von Zielort, sagen wir es so. Okay, hier beende ich den Part jetzt. Ich sage mal Tschüss, bis bald und bis zum nächsten Mal.